Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich Willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Infinity Pool. In diesem Film geht es um James Forster, der gespielt wird von Alexander Skarsgård, den man zum Beispiel aus The Northman kennt. Dieser hat eine kleine Schreibblockade, denn er ist Schriftsteller und sucht sich Inspiration in einem Ressort. Aber er fährt nicht alleine, sondern seine Frau Anne, gespielt von Cleopatra Coleman, die man aus Dead Up Miami kennt, begleitet ihn natürlich. Und ja, sie erwarten sich ein paar schöne Tage und dass dann die Schreibblockade von James dann irgendwie sich löst. Diese beiden treffen aber auf ein Pärchen namens Gabi, gespielt von Miagos, die man aus dem Film X kennt. Und auf Alban, gespielt von Jalil Lespert, den man aus Der Kurs der Schmetterlings kennt. Die freunden sich an, gehen auch ein bisschen essen, verbringen ein bisschen Zeit miteinander und so. Und verabreden sich dann später noch einmal für ein Treffen außerhalb des Resorts, was eigentlich nicht geduldet wird. Weil ja, da scheint wohl irgendwie die Gegend nicht so sicher zu sein anscheinend. Aber sie machen es trotzdem, denn Alban besorgt irgendwie eine Erlaubnis und ja, sie fahren dann zu einer Gegend hin, lassen sich da ein bisschen gut gehen, chillen da ein bisschen, bis es dann dunkel wird. Alban ist zwar hingefahren, kann aber nicht mehr zurückfahren, weil er mittlerweile einfach zu viel getrunken hat. Und somit tut James den Leuten einen Gefallen und fährt dann halt zurück. Ja, was eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist, aber James ist einen kurzen Moment unaufmerksam und überfährt eine Person. Ja, natürlich sind alle da ein bisschen aufgebracht hier und da und so und Gabi und Alban sagen, ey, alles easy. Wir fahren erst mal zum Resort und das klären wir dann alles morgen, denn hier ist alles so ein bisschen anders und so, wie ihr das vielleicht kennt. Und wir regeln das. Ja, dann gehen sie zurück zum Resort, wo die eigentlich, ähm, ja, nicht rein mehr sollten, weil sie halt außerhalb von diesem Resort halt waren. Und man darf da irgendwie nicht raus und ja, albern überredet die Leute, die da ein Tor stehen und sie kommen dann halt rein und ja, irgendwann klopft dann halt die Polizei an der Tür. Nimmt die mit und was auf diesem Polizeirevier passiert, da macht man sich gar keine Vorstellung von. Also, das ist einfach nur, ja, okay. Und genauso ist auch der Film. Also, bis zu diesem Punkt, wo das so passiert ist, war ich auch noch drin im Film, da habe ich auch die Story soweit mit verstanden. Also, spätestens, aller spätestens, so zum, ja, zum, nach dem ersten Drittel oder nach der Hälfte des Films, hat mich der Film komplett verloren. Also, da habe ich dann irgendwie überhaupt nichts mehr verstanden, was die da machen wollen, worum es da überhaupt noch geht und welchen Sinn die ganzen Handlungen, die danach passiert sind, überhaupt noch haben. Also, ich habe überhaupt nichts mehr verstanden, also, auf einmal war irgendwie alles komplett, joa, okay, hm, joa, warum? Also, das ist ein Film, den kann man am besten beschreiben von der Handlung her, wie ein besoffener Teenie, der das erste Mal zu viel Alkohol getrunken hat und nicht weiß, wie er zu seinem Ziel kommen soll. Also, so ungefähr kann man die Handlung beschreiben. Sie fängt ja erst noch ganz plausibel an und dann kurz nach diesen ganzen Vorfällen weiß man dann überhaupt nicht mehr, was ist jetzt hier überhaupt noch los? Was macht ihr da und warum macht ihr das? Und wieso und überhaupt? Und ja, deswegen, also, schauspielerisch muss ich sagen, also, die Schauspieler haben mir echt gut gefallen. Also, da muss ich echt sagen, also, gerade hier Alexander Skarsgård und Mia Goss, das sind ja eigentlich schon Leute, mit denen man echt ganz gut was machen kann. Und, ähm, da in so einem Film mitzuspielen, also, die Schauspieler sind wirklich das Einzige, was den Film noch so einigermaßen erträglich macht. Weil, ansonsten finde ich den Film von der Story eine absolute Katastrophe. Also, ihr könnt mir ja gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben, ob, wenn ihr den Film wirklich euch angetan habt, ob ihr da wirklich irgendwie die Story kurz nach diesen ganzen Ereignissen verstanden habt. Also, ich war dann irgendwie raus. Ein Kollege von mir war mit und der sagte auch, äh, ja, toll, äh, ja, irgendwie weiß ich auch nicht warum. Und das ist schon, weiß ich nicht, ein bisschen Splatter ist dabei, ein bisschen hier von was, ein bisschen da von was. Aber dann, äh, wenn ich schon einen Splatter haben will, dann, oder ein bisschen eklige Szenen oder sowas haben will, äh, dann gucke ich mir lieber Terrify an. Da habe ich wenigstens eine Story, die ist einfach gehalten. Aber du weißt wenigstens zu jedem Zeitpunkt des Films noch, worum es geht. Und da hast du auch krasse Szenen drin, da hast du eklige Szenen drin, dies, das. Aber du weißt die ganze Zeit noch, worum es geht. Und das fehlt mir bei diesem Film. Der Film ist wirklich wie dieser Jugendliche, von dem ich erzählt habe, der hin und her irrt, hin und her irrt und überhaupt nicht weiß, wie er zu seinem Ziel kommen soll. Das ist für mich Infinity Pool. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also ich muss sagen, das ist für mich so der erste richtige Flop des Jahres. Muss ich ganz klar so sagen, weil der Film hat mich komplett verloren. Ich weiß absolut nicht, wo der Film hin will, was der Film mir sagen soll, was der Film mir sagen will vor allen Dingen auch. Und ja, das einzige Gute an dem Film ist tatsächlich, oder sind tatsächlich die Schauspieler, die mir bei diesem Film echt leid getan haben. Und deswegen, also geht bloß nicht rein in den Film, also verschwindet nicht euer Geld fürs Kino für diesen Film. Also da guckt ihr euch lieber was anderes an und investiert das Geld dann vielleicht in ein bisschen mehr Popcorn oder so oder was auch immer. Aber gebt nicht für diesen Film euer Geld aus. Guckt ihn euch lieber bei einem Streaminganbieter demnächst an oder auf Blu-Ray oder DVD. Wie auch immer, weil bitte tut ihn euch nicht im Kino an, das ist das, der Film ist das Geld nicht wert. Und deswegen gebe ich dem Film, weil es eine absolute Katastrophe in meinen Augen war, ein Totenkopf, ein Gnadentotenkopf, weil, als auch das Mitleid für die Schauspieler, die da mitgespielt haben. Also das ist wirklich reine Mitleid und nichts anderes. Also da kann ich euch sagen, spart euch das Geld fürs Kino und guckt euch da lieber was anderes an. Was ihr euch aber nicht sparen solltet, ist ein Klick auf den Abo-Button und auf den Like-Button. Und schaut auch mal unten in die Videobeschreibung, da sind ein paar interessante Links, die vielleicht für euch interessant sein könnten. Ja, das war die Filmbewertung zu Infinity Pool. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis demnächst.